da kann ich ja nichts dafür ich habe ja gesagt der erste kill von sven war so braindead alter bin ich jetzt ernsthaft grün und impostor jawohl das wäre jetzt ok also ich dann gerade mit lenny und den dingster in auto und du kannst dazu und wo ich fertig war mit den zahlen angeben war lenny tot und du standst immer noch da geht das kann ich ja wenn lenny und ich und berge sind am anfang nach links und zwerge ist richtung navigation ich bin weiter nach schild kann leichter zurück gelatscht ist also ist das ist der kill von nanny während auto passiert wahrscheinlich ja ich bin die wahl eingegeben wahrscheinlich ist ja immer tot und wer stand da jetzt noch erik ja das kann sein weil er bei schild stand wo ich richtung ich möchte kurz noch erwähnen ich habe gerade in admin eingegeben und habe im lichtkegel gerade als ich fertig mit eingeben war wo dann auch direkt fertig war habe ich unten am k2 ultra gesehen und jetzt frage ich mich du wurdest bei der anderen seite gesehen wie schnell ich habe gesagt ich bin richtung schießt gelaufen und zwerge ist richtung navigation das dann von schießt hast fertig war und ich dann natürlich weil die oben stand am anfang natürlich richtung admin gegangen um da zu fixen da bist du da habe ich die karte ist weit noch gucken ob du es überhaupt machst doch alles logisch wie schnell hast du das denn gemacht jetzt die sache ist endlich weil die einzige person die ich links gesehen hat verkasten gemacht manchmal nach links gelaufen am anfang das einzige frage ich mich halt woher weiß erik das wer geht einer neber wenn zwerge am anfang richtung navigation er muss dann zurück gelatscht sein gerade gesagt ganz am anfang das also ganz ehrlich ich würde so machen dass wir zwerge jetzt wollten weil ich keinen bock habe dass wir jetzt wieder sagen weil acht leute keine ahnung was und wenn erik dann halt noch nach sieben leuten lebt dann erik halt aber jetzt sofort also ich würde jetzt ex schließt werden und dann direkt auf den buzzer gehen und erik raus wurden oder nicht oder soja sogar noch besser wäre mein ich habe bloß keinen bock wieder auf diese scheiße mit hier hätten wir mal hätten wir mal die runde wegen und jetzt geht es halt noch einfach noch acht sind was habe ich da gemacht ich bin jetzt nicht mehr einfach aus warum das ist nicht ich dachte schon was ich hätte das überlebt ich habe die schritte gesehen ja okay ich muss den trotzdem noch machen ich habe ganz schockiert war gar keine leute weiß was war weil ich reaktion dass wir da sind das geil wie kann wenn du nicht noch nicht ganz fast wie kannst du dann köln ja prüfen weil man die schritte sieht wenn jemand drauf geht das stimmt okay ist mir aufgefallen aber wenn du das hast dürfte ich nochmal für die letzte runde fragen wo war gucku eigentlich ich war in der nähe von elektrik aber da war auf jeden fall felix nicht ich weiß nicht was mit dem passiert ist das problem ist das habe ich nicht eben gefragt wer links war und da hat niemand das gesagt wer am anfang dahin gegangen ich bin aber sehr spät erst dort gewesen ich habe noch ein kleines bedenken bevor wir jetzt eric als flip rauswarten weil sollten wir auf jeden fall machen vom parfing her finde ich das ultra viel zu schnell selbst wenn er ganz schnell seine tasse und cheats gemacht hat in atmen war ich habe ein verein sein weil niemand felix gesehen hat ja selbst dafür finde ich das ein bisschen zu schnell was ich viel komischer fand war das ultra einfach für zwerge geredet hat so halb weißt du ich habe doch gesagt dass du mit ihm nach rechts gelaufen bist er aber in der freien du weiter runter zu schild und er dann zurückgelaufen sein muss aber trotzdem hast du irgendwie für ihn geredet so nach dem motto er kann es gewesen sein aber er war halt mit mir auch unterwegs und ich habe gesehen dass die rübergekommen deswegen was eric ihn gesehen hat kann dann nur gewesen sein wenn zwerge zurückgelaufen sonst wüsste eric gar nicht dass zwerge deine nähe aber gar nicht schon möglich dass wir sehen dass alle dass die rechts noch gelaufen sind er hat seinen tas gemacht und zwerge ist einfach weitergelaufen kannst du ja nicht wissen also weiß jetzt noch eric damit was helfen raus haben ja genau eric noch mal raus warten und dann haben wir safe auf jeden fall raus tut uns leid mal schnell deine tasse er mich raus als kreis geht so schnell eric warum eric jetzt vielleicht gewinnt einer gewinnt dann noch den können keine ahnung im poste wird ich finde und angeblich wird weitergeht aber mal gucken kein ding ja das wird mir schlecht können wir ja noch ein bisschen sabotieren hier können wir ein bisschen die medbay zu machen da waren gerade einige drinnen der ultra ist ja eingesperrt tja das habe ich natürlich nicht ich kann ich jetzt noch ein bisschen was für den goku machen kann ich dem noch irgendwie helfen wenn ich schon so dreist verkauft habe gerade kann ich nichts sabotieren weil was macht denn der goku hier steht da rum afk goku afk was macht der goku denn hier killen macht er da mache ich wenigstens zu hier und das wind wie lost ist diese runde ok kolja kann ich für den kill ausschließen weil sie kam gerade von oben ich habe den kill auf admin table gesehen der ist jetzt zehn sekunden circa alt der killer muss aus elektrik gewendet sein weil es steht genau verleiht wird es ich gehe davon aus der killer stand die ganze zeit in elektrische ist rein hat leistgefäß killer hat getötet und ist dann raus gewendet nachdem er die türen zugemacht ich kann sagen kolja hat diesen scan gemacht ich habe das gesehen weil ich auch im scan hatte die anderen drei weiß ich gar nichts ich habe gesehen davon dass gar nicht schon vorher in der runde gesagt hat dass ich bin wegen dem scan ach ja gut ich habe das noch mal gesehen ja ok kasten kann ich rein theoretisch weiß gar nicht die erste runde geprüft hatte rausnehmen weil er meinte er war mit ihnen auf der linken seite und es ist zwei kills passiert kolja kann ich halt für die ersten beiden kills auch rausnehmen weil sich da sie hat unten und wenn die leiche irgendwo in der nähe von admin gewesen wäre dann hätte sie ultra gesehen wenn er wirklich nicht und das ist und gut elektricke also nicht in den letzten Jahren und wo er ist ja was denn jetzt kolja ist immer noch ein er wir haben schon und ich bin manchmal aus dem Land aber ich weiß dass es ist ansonsten Gokko warst du ja ich war ja auch vertreten im gang vom wie heißt das Ding nochmal das ist das Ding aber endlich in richtung cafeteria der kill kann aber nur nicht so lange her immer noch in electrical genau vom kasten und wie gesagt der imposter war und hat in der elektrische gewartet hat gefixt wahrscheinlich der imposter gekillt und ja ist daraus gewinnt kann man auch kasten gewesen sein wenn der von 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 runde prüf gewesen von sky sky hat gesagt kasten und er waren auf der linken seite sind zwei kills gefallen also kann er sein kann keiner kann das problem ist weil ich nicht weiß wo felix in der erste runde gestorben ist es könnte gewesen sein dass ultra nach unten gelaufen ist felix stand da praktisch er hat ihn gekillt dann dass seine wendung in die ausdrüben und das dann ist aber es wird halt echt noch skippen bei der vorwärter das über ein spieler aus dem band ja genau warum du bist in etna reingewendet und bis dann ein dingster da hatte ich ja keiner gesehen weil er konnte sich entsehen und dann bist du an k2 rangegangen ist doch gutes adi wieder ich ich glaube nicht dass kokos ich glaube nicht das kasten ist schön da hat einmal google ich ausgeschlossen das ist schön da können wir die runde noch doch noch gewinnen unverdient als ob ich das jetzt gewinne als ob ich das als ob ihr jetzt also im poster mit goku das jetzt gewinne das kann doch nicht dann kommen die rein hier goku rein elektrikülle sperre ich euch gemeinsam ein als hinter drei jetzt geht nicht ist alle in elektrikülle versammelt allein gesperrt damit jetzt die erstmals hast werden kasten und koja und so im poster ist ja da nicht mit drin erst mal ein bisschen sassigkeit auf die anderen richten ein bisschen ablenken von goku der ähnlich sass ist dann noch ein bisschen was veranstalten so kann jetzt noch ein kill beschweren in elektrikülle warum wieder ein elektrikülle ja geh mal hier rein nicht ins deutsch noch ein kill wie noch jemand da kommt da drüben ist jemand ultra wen willst du hier noch killen mit kann ich dir noch helfen eh falsch karte ok geht gerade eh dran jetzt hat er doch vor den schnauze von den anderen ok oder goku ist ewig am ding standen am autoren und nicht bei diesem scheiß gefällt mit dem code eingeben ja warum warum ich jetzt nicht meine linke von irgendwo ja das regt mir jetzt langsam aus das geht schon auch schon so ich bin eigentlich relativ gut darin leute zu basteln der ist ausgerechnet jetzt tot ich habe vorhin und das auf ultra hatte noch keine auf goku aber das jetzt hat kasten auf goku geschaffen aber kasten ist für mich sehr ist eigentlich logisch kasten hat geil bei kaffee gedeckt kolya habe ich vorher beim scan gesehen dann kann es nur goku sein einfach logisch für mich wurde halt ja und du wurdest die ganze zeit gedeckt hast von anfang an da wurde der jetzt goku raus als ob jetzt die ganze weise war immer so ein bisschen schwammig in den anderen runden kolias nase gekillt wo ich jetzt gerade die ganze zeit war vor der schnauze und das war immer so ein schwammiges ding von man hat keine feste information wurde irgendwie immer das hatte ich habe in der letzten runde noch gesagt dass ich oben gewesen bin auf dem linken die leichte die leichte die leichte ist bei uns im atmen im o2 jahr hat er 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 hat mich ja nicht einmalig benennen wie heißt dieses geburt am anfang gebiet das ist doch da gewesen oder nicht ich habe euch aber auch so gesehen ich habe euch aber auch so gesehen feuer war in er und wenn ich amal bei bei warum hast du den pinn-lädel geben ich habe doch gesagt dass ich da gefehlt habe was jetzt dann auch schon waren heute behaupten sachen die nicht stimmt ich bin da nicht wie weit sind wir mit dem tag ganz ehrlich weil ich will das nicht kann ich jetzt gerade nicht sehen weil das ist ein paar Jahre vorhanden sind wir haben die selben muss ein glaube ich passt durch ich bin halt genau zwischen dennoch und ich habe kein bock jetzt ein zu finden ich habe keinen bock jetzt in freundlichen zu wählen es wäre ein mit dem kass ist fast durch oder und gibt dann steht einer von euch einst du dir jetzt schon weil ich will mich mit den und dann es gibt es gibt dann haben wir tasks als ob jetzt als ob die jetzt nicht vor der schnauze von dem killt das ist ich habe auch vor der schnauze als ob wir das ding jetzt gewinnen als ob wir das ist wie kann wie kann denn wie können wir denn diese ist wie können wir diese runde gewinnen hier ist denn das jetzt hier wie ist denn das möglich dann kommen wir jetzt noch einen killen dann kommen kill den kasten dass wir wollen also ich lache mich so schlapp wenn wir das jetzt hier gewinnen ich bin jetzt hier so es ist das kann jetzt das kann ich das kann ich das dinge nicht gewinnen wer zu dreist nach den zwei fels wir hätten das ja beinahe gewonnen jetzt noch mal wieder so eine runde wo leute sachen behaupten wo ich stehe wo ich noch wach ganz kurz vertreten ich war mal ziemlich sicher wir waren alle wir standen gerade zu viert in admin kasten nein ich habe mich als er hat vor der schnauze von kräger gekillt kasten und ich komm rein sehen dass goku da steht und ich fix dann kommt kolya noch von links rein goku tötet mich vor deren beiden augen und auf einmal heißt es ja ultra war da die losste runde ever ich hab sie gar nicht verstanden ich war mir halt total sicher dass alle fünf waren leute wir werden jetzt noch eine leute leute sorry das ist ich bin ich bin ab dem ich muss hause davon ich muss hier raus ich muss hier raus wenn es ist jetzt hier ist und du bist schon tot dann lass bitte die finger vom sabotage auch leute dass ich so